Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich das Shop My Stash Video für den Monat August für euch. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Die liebe Diana hat mir dieses Mal die Produkte ausgesucht. Ich verlinke euch ihr Instagram Profil auch unten in der Infobox. Und ja, derjenige, der sich gerne als nächstes für mich die Produkte aussuchen will, bitte in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer, wenn das jemand von euch macht, weil es halt für mich einfach spannender ist. Ansonsten, falls sich keiner melden sollte, werde ich bei Instagram eine kleine Umfrage machen. Da könnt ihr dann abstimmen. Aber ja, mal schauen, ob sich jemand freiwillig meldet oder nicht. Genau, die Shop My Stash Videos bei mir laufen so ab, falls ihr noch keins gesehen habt, dass ich immer jemanden von euch die Produkte für mich aus meiner Sammlung aussuchen lasse, weil ich einfach, glaube ich, sonst immer zu Produkten greifen würde, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Und so ist es halt für mich einfach spannender, weil derjenige, der sich die Produkte aussucht, halt vielleicht auch Produkte nimmt, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr getestet habe. Genau, ich würde aber sagen, wir starten mal. Im Voraus aber schon mal lieben Dank an dich, Diana, dass du mir die Produkte ausgesucht hast. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Produkte so miteinander funktionieren, die du dir herausgesucht hast. Starten wir mal mit einem relativ neuen Produkt noch, was ich mir bei Sephora bestellt habe, aber noch nie getestet habe. Und zwar den Fenty Beauty Eastrow Blurring Skin Tint. Ich habe die Farbe 1, also die hellste Farbe. Und ich weiß jetzt nicht, ob man es schütteln muss, aber ich mache es einfach mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wollte damit mal ein Video machen, habe es aber irgendwie verpasst und dachte dann, okay, das ist vielleicht auch nicht mehr interessant für euch. Deshalb freue ich mich jetzt natürlich, dass das hier im Shop My Stash Video auftaucht, also dass Diana das für mich rausgesucht hat, weil ich eben so doch noch dazu komme, es zu testen. Ich habe auch ehrlich gesagt noch keine Review dazu angeguckt. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe nur gehört auf Instagram bei irgendjemandem mal, dass die Deckkraft sehr gut sein soll, für das, dass es eigentlich ein Skin Tint ist. Und ja, mal abwarten. Ich blende das jetzt einfach mal so ein bisschen aus und bin schon sehr, sehr gespannt. Ich bin ja eigentlich kein so ein großer Fan von so Skin Tints. Ich mag deckende Foundation. Natürlich nicht zu deckend, weil ich eine relativ trockene Haut habe. Aber wenn ich was auftrage, bin ich eigentlich eher ein Fan davon, dass es wirklich meine Unebenheiten und Rötungen ausgleicht. Und das machen einfach so viele BB Creams oder Skin Tints halt einfach nicht. Ich teste aber trotzdem immer gerne Neues. Und ich muss sagen, dass die Deckkraft echt gut ist. Also, wow. Jetzt im Vergleich seht ihr schon, das ist nicht nur ein Skin Tint. Trag noch mal ein bisschen mehr hier auf. Hat wirklich eine sehr, sehr gute Deckkraft. Ist auch vom Geruch sehr angenehm. Also, hat einen leichten Eigengeruch, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Riecht jetzt nicht parfümiert oder so, sondern wie gesagt, so ein kleiner Eigengeruch. Aber sehr, sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie mir dann mal komplett aufgetragen. So ein bisschen kommen die Rötungen schon noch durch. Also hier, ihr seht auch meinen Leberfleck noch. Hier noch so ein bisschen die Rötungen. Aber ist in Ordnung. Hat trotzdem eine sehr, sehr schöne Deckkraft. Ich würde auch sagen, dass die Farbe ganz gut passt. Also, ja, hat sich sehr, sehr schön auch ausblenden lassen. Fühlt sich wirklich sehr angenehm auf meiner Haut an. Auch so ein bisschen Self-Setting. Also, gar nicht mehr klebrig oder so. Ich glaube auch, dass ich da jetzt nicht wirklich mit einem Puder voll drüber müsste. Ja, sehr, sehr angenehm. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Gerade für den Sommer, falls man nur so einen leichten Wash of Color auf dem Gesicht haben möchte, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. So für den Alltag. Alltag, wenn man halt, ja, nicht so viel Make-up tragen möchte, finde ich es schön. Sonst wäre es mir aber ein bisschen zu wenig Deckkraft, würde ich jetzt sagen. Weil ich es halt einfach deckender mag. Ist aber wirklich sehr schön. Also, gefällt mir gut auf meiner Haut und werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Als Concealer wurde mir dann von der Diana von Catrice der True Skin Concealer ausgesucht. Hier habe ich die Farbe 002 Neutral Ivory. Den habe ich mal vor ganz langer Zeit in einem Video getestet. Und meine mich auch noch daran erinnern zu können, dass ich den ganz gerne mochte. Und ja, den tragen wir jetzt einfach mal auf. Im Vergleich zu der Foundation sieht der echt extrem dunkel aus. Aber, ja, ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Ich muss auch sagen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich immer heller geworden bin. Weil, ich meine, dass der mir im Video, als ich damit mal gedreht habe, sehr gut gepasst hat. Ja, ist in Ordnung. Ist ein Ticken dunkler als die Foundation. Aber durch das, dass die Foundation nicht so extrem deckend ist, ist das schon in Ordnung. Ich mag auch den Geruch von dem Concealer sehr gerne. Der riecht so ein bisschen nach Skincare, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass er sich auch gut bei mir unter dem Auge verhalten hat. So, zum Langzeittest, also Shop My Stash Videos dauern meistens so eine Stunde bis eineinhalb zu filmen. Weil das ja schon viel ist. Werde ich euch dann am Ende des Videos noch was sagen. Also auch, wie die Foundation sich so in der Stunde verhalten hat. Wie der Concealer sich verhalten hat. Einfach, dass ihr da nochmal so einen kleinen Rückblick sozusagen bekommt. Und nicht nur dieses First Impression im ersten Moment. Ja, der Concealer hat sich auf jeden Fall sehr, sehr schön ausblenden lassen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann als Puder benutze ich von Jaclyn Cosmetics das Dew Me Luminous Powder. Bin ich sehr gespannt, wie sich das unter meinem Auge verhalten wird. Weil, ja, ich nicht so der Fan von Luminous Powder bin im Allgemeinen. Ich mag das gern, wenn mein Gesicht matt ist. Aber okay. Und dann auch noch unter dem Auge Luminous. Ja, wir versuchen halt mal immer wieder was Neues. Deshalb mag ich das auch gerne, wenn einer von euch mir die Produkte aussucht. Weil dann vielleicht neue Sachen getestet werden, die ich sonst so nicht gemacht hätte. And maybe I fall in love with it. Man weiß ja nie, ne? Ist jetzt aber auch nicht so extrem luminous. Ihr seht so einen leichten Schimmer drunter. Aber jetzt nicht so extrem. Also es ist machbar. Machbar vor allem. Aushaltbar für mich jetzt. Ja, ist okay. Setet auch den Concealer schön, würde ich jetzt sagen. Doch, gefällt mir gut. Das ist das alte Packaging. Ihr kriegt ja mittlerweile von Jaclyn Cosmetics dieses Puder auch in einem quadratischen Packaging. Das hier war beim ersten Drop, als es so eine Limited Edition war. Sie hat das ja mittlerweile in ihr Standardsortiment aufgenommen. Ja, mag ich sehr gerne. Sieht unter dem Auge auch schön aus. Meistens habe ich es eher so im Wangenbereich benutzt, um so einen leichten Highlight noch zu geben. Aber es sieht auch unter dem Auge schön aus. Es sieht, ich muss immer in die Kamera gucken, es sieht echt smooth aus. Durch das, dass es so einen leichten Schimmer noch hat, finde ich, sieht es sehr, sehr schön aus. Also ja, doch, gefällt mir sehr gut. Bevor ich jetzt aber mein gesamtes Gesicht abhuder, benutze ich noch einen Blush, weil es halt ein Cream Blush ist. Und man soll ja nicht mit Cream auf Powder gehen. Deshalb, ja. Mir wurde der Lime Crime Software Blush in der Farbe Zip ausgesucht. Den hatte ich mir mal bei Kult Beauty, glaube ich, bestellt. Bis jetzt noch nie getestet. Bin sehr, sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja kein so ein großer Fan von Cream Blushes. Ich teste sie immer mal wieder gerne. Aber bin eigentlich so ein Fan von Powder Blush, weil ich es halt einfacher zu verwenden finde, muss ich ehrlich sagen. Bin aber sehr, sehr gespannt, wie der funktioniert, weil ich habe bis jetzt ja nur Gutes darüber gelesen. Deshalb hatte ich ihn mir auch mal bestellt. Und ja, mir hat halt die Farbe auch sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ist so ein richtig schönes helles Rosa. Ich trage das mit einem Stippling Brush auf. Und ist auf jeden Fall eine schöne Farbabgabe. Nicht so extrem, das finde ich sehr gut, weil viele so Cream Blushes sind ja gleich extrem gut pigmentiert und man hat dann ein fettes Problem, sie auszublenden, weil man gleich direkt extrem viel Farbe auf den Wangen hat. Sieht dann immer aus wie so ein Clown. Aber bei dem, ihr seht, hier ist jetzt die erste Schicht. Hier habe ich schon drei aufgetragen und er ist auf jeden Fall aufbaubar. Und gibt aber am Anfang wirklich nur so einen ganz, ganz leichten Wash of Color. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, doch, eine wirklich, wirklich schöne Farbe. Und Lime Crime hat auch sehr, sehr spezielle Farben bei diesen Cream Blushes. Ich glaube auch was, was so in die Richtung Lila noch mit reingeht. Also dafür ist ja Lime Crime auch bekannt für so coole Farben. Doch, gefällt mir gut. Ist halt echt ein bisschen leichter pigmentiert, was ich jetzt aber gar nicht schlimm finde. Ich renne noch ein bisschen mit dem Schwamm drüber. Ja, man hat halt so einen ganz leichten Wash of Color. Wenn ihr mich aber verfolgt, wisst ihr, dass ich das gerne mag bei einem Blush, dass es nur so ein ganz kleines bisschen ist und nicht so extrem. Gerade in Verbindung mit der Foundation finde ich es sehr schön, weil es so einen ganz, ganz natürlichen Look halt auch gibt. Und ja, könnte ich mir jetzt gut so für den Sommer auch vorstellen. Wir sind zwar gerade eigentlich im Sommer, aber sind wir mal ehrlich, was zur Hölle ist das wieder für ein Sommer? Also Katastrophe, wirklich. Aber ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn es draußen auch warm ist. So eine leichte Skin Tint Foundation, ein Cream Blush, Augenbrauen, wenn man so schön fertig ist, man. Also doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann pude ich mein Gesicht mal ganz leicht ab. Und zwar mit dem Catrice Oil Matte Powder. Das ist in der Farbe 010 transparent. Gehe aber wirklich nur ganz, ganz leicht drüber, weil wie gesagt, die Foundation sich anfühlt, als ob sie so ein bisschen Self Setting ist. Ja, ich würde sagen, das reicht schon. Das Catrice Puder benutze ich eigentlich ganz gerne, verhält sich immer ganz gut mit meiner Haut, lässt jetzt auch keine trockenen Spots zurück irgendwie. Also ist ein schönes Puder aus der Drogerie. Ist jetzt nicht mein Lieblingspuder, weil das bleibt einfach das gepresste Fit Me Puder von Maybelline. Das liebe ich über alles, weil das halt auch noch ein bisschen Farbe mit abgibt. Aber ist ein schönes, günstiges Puder aus der Drogerie auf jeden Fall. Als Browser hat mir Diana einen meiner Liebsten ausgesucht, und zwar den Butter Browser von Physicians Formula. Ich muss einmal riechen. Ich bin ja absolut kein Fan von Kokosnuss. Ich hasse Kokosnuss. Das Einzige, wo ich Kokosnuss esse, ist in Bounty. Bounty, Raffaello zum Teil, aber da kommt es auch auf meine Stimmung an. Und in so einem Pudding, der mit Mandel und Kokos ist. Moody's Pudding heißt der. Bin ich ja süchtig nach. Das sind die einzigen drei Produkte, bei denen ich Kokosnuss mag. Aber den Physicians Formula Geruch liebe ich eigentlich echt extrem. Und den Browser mag ich auch sehr gerne. Ich gebe immer nur so einen ganz leichten Farbschimmer hier ab. Farbschimmer vor allem. Ich brosse immer nur sehr, sehr leicht. Wie ihr ja auch wisst, mache ich das zum Teil gar nicht mehr. Ich benutze meistens nur noch Blush und Highlight und kein Browser mehr. Oder sehr, sehr selten. Also da muss ich halt echt Bock drauf haben, dass ich das so benutze. Aber heute machen wir das mal. Und zu dem Browser brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Den liebe ich über alles. Also eine absolute Empfehlung von mir. Finde ich sehr schön. Lässt sich toll verblenden. Ist schön pigmentiert. Also den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Und ja, absolute Empfehlung. Als Highlighter hat mir die Diana dann den Amracy Highlighter von Anastasia ausgesucht. Der sieht so von innen aus. War ja auch eine Zeit lang extrem gehypt. Da werde ich nur ganz, ganz leicht reingehen, weil mir der ein Ticken zu dunkel ist. Wie ihr wahrscheinlich schon erahnen könnt. Und deshalb versuche ich den wirklich so leicht wie möglich hier aufzutragen. Der ist aber unglaublich schön. Ich hatte mir den damals bestellt, weil ich dachte, ach ja, der passt ja. Der wird mir schon passen. Da steht ja Universal Shade sozusagen. Aber er ist mir halt einfach ja einen kleinen, kleinen Ticken zu dunkel. Also ich bin doch heller, als ich manchmal denke. Aber ja, er ist wirklich unglaublich schön. Eine ganz, ganz tolle Leuchtkraft. Ich glaube auch, dass ihr den nicht mehr bekommen könnt. Der war, glaube ich, eine Limited Edition. Aber ihr seht, dass der wirklich ganz toll ist. Wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, ist es auch noch in Ordnung. Aber ja, ich hätte halt jetzt gesagt, es ist einen ganz kleinen Ticken zu dunkel. Ist aber wirklich eine ganz tolle, tolle Highlight-Leuchtkraft. Also falls ihr einen Ticken dunkler seid als ich, müsste das auf jeden Fall für euch hinhauen. Ja, unglaublich gutes Produkt. Vielleicht bekommt ihr den ja noch bei Vinted oder Ebay oder keine Ahnung. Achtet nur immer drauf, dass ihr dafür nicht extrem hohe Preise zahlt. Weil manche Leute ja nicht so nett sind und versuchen, auf sowas noch Kapital rauszuschlagen. Und ja, also er ist wirklich schön von der Qualität her. Kann ich euch empfehlen. Wenn ihr den noch zu einem moderaten Preis irgendwo bekommen solltet, dann go for it. Ich habe so das Gefühl, irgendwie glänze ich wie so eine Speckschwarte durch dieses Luminous Powder unter dem Auge. Jetzt so im Nachhinein gefällt es mir nicht mehr so gut. Ich bin ja eigentlich eher ein Fan von Matt. Ja, es glänzt alles sehr. Und ja, und durch das, dass es unter dem Auge hier so ist, wo ich abgepudert habe, bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Also manchmal sieht man beim Auftragen des Make-ups, wenn man weitere Schritte vorangeschritten ist, dass einem ein Step nicht ganz so gut gefällt. Und das ist das Luminous Powder unter meinem Auge. Ja, ich bleibe dann doch eher bei Matt, glaube ich. Wir setten jetzt noch mit dem Hangover Spray in der Peach Edition von Too Faced. Die normale mag ich nicht so gerne, weil die nach Kokosnuss riecht. Wie ihr wisst, mag ich das nicht. Aber ich fand es interessant, in der Peach Edition mal zu kaufen. Habe es bis jetzt noch nicht benutzt. Das normale mochte ich sehr gerne, bis auf den Geruch eben. Und ja, das gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm nach Peach. Ich liebe ja Peach Geruch. Wie gesagt, das normale Hangover Spray mag ich sehr gerne. Das könnt ihr nicht nur zum Setten von Make-up benutzen, sondern zum Beispiel auch drunter als Primer oder einfach über den Tag hinweg zum Erfrischen. Ja, wie gesagt, mag ich sehr gerne. Finde ich ein ganz, ganz tolles Spray. Und ich war froh, dass sie es in einem anderen Geruch rausgebracht haben, weil halt Kokosnuss nichts für mich war. Ja, gefällt mir sehr gut. Werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Riecht wirklich sehr angenehm. Und falls auch für euch der Kokosnussduft nichts ist, ist das hier wirklich ein ganz, ganz tolles Setting Spray. Ist ein bisschen teurer, weil es halt von Too Faced ist, aber ich finde, es gibt der Haut wirklich nochmal so einen Feuchtigkeitsboost und verschmelzt die Puder auch sehr, sehr schön miteinander. Ich habe oft auch so ein Spray in meinem Spind auf der Arbeit stehen. Zack, 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 kurz mal übers Gesicht nochmal den Tag über, weil durch die Maske halt die Haut doch sehr trocken wird, finde ich. Und da ist sowas immer eine schöne, kleine Erfrischung für die Haut. Gut, ich habe mir da mal schnell Augenbrauen aufgegeben und meinen Lidschattenprimer, wie immer den MAC Paint Pot in Soft Ochre. Mit dem arbeite ich einfach am liebsten. Und auch die Augenbrauen habe ich wie immer mit meinem BH Cosmetics Stift gemacht. Wo jetzt leider die eine Seite schon leer ist, aber okay. Wir machen mit meiner Lieblingskategorie weiter und zwar geht es zu Lidschattenpaletten. Und da hat mir die liebe Diana die Too Faced White Chocolate Bar Palette ausgesucht. Die könnt ihr so leider nicht mehr bekommen. Das war mal eine, ich glaube, war das ein Weihnachts Release vor, fragt mich nicht, ewigen Jahren. Drei, vier Jahre. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Stückchen schon her. Die habe ich mir damals bei Sephora Deutschland bestellt. Und so sieht sie aus. Eine sehr, sehr neutrale Palette mit zwei so Pastell Pop of Color. Mit diesem schönen Lila, dem Mintgrün. Ja, vielleicht noch das Aprikot, falls man es noch dazu zählen möchte. Aber eher so eine relativ neutrale Palette. Ich meine auch, dass die damals von vielen nicht so gute Reviews bekommen hat. Ich habe sie bis jetzt nur ein oder zweimal benutzt und da auch nur die neutralen Töne, also hier die Brauntöne, die haben für mich super funktioniert. Aber ich meine, dass viele gesagt haben, dass gerade so der Mintton und so nicht so schön pigmentiert sein soll. Ich habe es selber noch nicht ausgetestet, deshalb machen wir das jetzt heute. Ich werde jetzt als erstes in diesen schönen Mintton reingehen, der Mint Chocolate heißt. Und den nehme ich mir mit so ein bisschen fester gebundenen Blendepinsel aber trotzdem auf und gebe mir den einmal komplett übers Augenlid. Ja, ist okay. Natürlich hatte ich schon bessere Mintgrün Töne. Aber ich finde den jetzt nicht so schlecht, wie ich bei vielen gehört habe. Ich zeige euch natürlich nachher noch ein paar Swatches von den Shades, die ich nicht benutze zum Teil. Und ich blende da mit dem Pinsel hier noch so ein bisschen hoch. Ich lasse, dass es eben auch ein fester gebundener, 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 gebundener Blendepinsel ist, könnt ihr das ganz gut machen. Ich bin ja ein großer Fan von den Too Faced Paletten in diesem Tin Packaging. Deswegen, ich liebe die Milk Chocolate, ich liebe die Sweet Peach, was ihr ja auch in meiner High-End Lidschatten Palettensammlung gesehen habt. Ich mag auch die Chocolate Gold sehr, sehr gerne, die Gingerbread Spice. Also ich finde die Paletten immer sehr, sehr schön. Ich finde nur, dass Too Faced in letzter Zeit sehr, sehr nachgelassen hat. Ich weiß nicht, ob ihr bei Trendmood auf Instagram immer mal wieder auf der Seite vorbeischaut. Da wurde jetzt die neue Weihnachtspalette sozusagen gepostet. Die Cinnamon Swirl heißt sie, glaube ich. Und im ersten Moment dachte ich, das wäre die Gingerbread Spice. Weil es genau das gleiche Farbschema ist. Gleich wie Gingerbread Spice, gleich wie die Gingerbread Extra Spice. Letztes Jahr war ja die Pumpkin Pie, die waren einen ganz kleinen Ticken anders, aber auch nicht großartig. Und die nächste sieht ungefähr gleich aus wie die vor zwei Jahren und vor drei Jahren. Also ich bin sehr enttäuscht, was das angeht. Ich finde auch, dass Too Faced echt extrem nachgelassen hat. Lasst mich das doch gerne mal in den Kommentaren wissen, ob das euch interessieren würde, so ein Video von mir zu sehen, in dem ich über Brands rede, die ich mal sehr, sehr gerne mochte. Bei denen ich aber finde, dass sie eben nachgelassen haben von der Kreativität her und von den Produkten. Kann ich gern was dazu abfilmen. Finde ich selber auch sehr, sehr interessant. Also könnt ihr mich ja gerne mal wissen lassen, ob ihr Interesse an so einem Video hättet. Dann drehe ich das nämlich ab. So ein kleines Lover-Video. Ja, ich finde die Farbe sehr schön. Ich nehme jetzt den Pinsel auch nochmal und gehe damit noch so ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Aber wie gesagt, ich finde, Too Faced war einfach mal eine Zeit lang kreativer. Hier zum Beispiel mit der White Chocolate oder als die Chocolate Gold rauskam. Das war ja nochmal was ganz, ganz Neues. Ich finde, die haben einfach ein bisschen nachgelassen. Aber ja, ich sage dazu jetzt nicht mehr mehr, weil falls ihr dieses Video sehen wollt, nehme ich mir sonst vielleicht ein bisschen was vorweg. Ja, ich kann aber sehr gut mit dem Ton arbeiten. Mir gefällt der auch. Hat sich auch schön ausblenden lassen, aufbauen lassen. Ist ein sehr, sehr schöner Ton auf jeden Fall. Um da noch ein bisschen abzudunkeln, würde ich in Chocolate Sirup gehen. Das ist so ein, ja, kein richtiges Braun, finde ich. So ein bisschen Braun, Morve. Keine Ahnung. Ihr wisst, wie extrem gut ich im Farbenbeschreiben bin. Ihr habt es ja gesehen, den Farbton. Und damit gehe ich halt einfach hier so ein bisschen in den Außenwinkel noch rein. Aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Einfach, um hier noch so ein kleines bisschen Tiefe zu schaffen. Da hätte mir jetzt ein dunklerer Grünton natürlich in der Palette noch besser gefallen. Aber es ist ja keine Grünpalette, sondern halt eine Chocolate Palette mit zwei Pop-Off-Color sozusagen. Jo, ist in Ordnung. Hat jetzt aber auch nicht wirklich abgedunkelt, aber okay. Okay, dann welchen Ton nehme ich denn als Schimmer? Ich glaube, ich würde den hier nehmen, weil so einen wirklich grünen Schimmer gibt es nicht. Das ist Pearl Candy oder Indulge. Ne, ich nehme Indulge. Der gefällt mir ein bisschen besser und gebe mir den hier vorne auf. Ja, sehr schön. Wirkt auch über dem Mint so ein bisschen heller als im Pfändchen, finde ich. Hat auch so einen leichten Mint-Schimmer jetzt mit drinnen. Was ich nicht gedacht hätte, weil er ja im Pfändchen, wenn man ihn sich hier anguckt, schon sehr turbbraun so ein bisschen aussieht. Aber ja, sehr schöner Schimmer. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich swatch euch die natürlich jetzt gleich noch, aber erst machen wir noch die Wimpertusche drauf, die sich die Diana ausgesucht hat. Und zwar ist das die Nabla Vicious Mascara. Ich habe die auch mal in einem Video getestet. Da habe ich auch schon was zum Packaging gesagt. Ich sage es jetzt hier auch nochmal. Ich finde das extrem hässlich. Mir gefällt das Packaging überhaupt nicht mit diesem komischen Panther-Kopf, was auch immer das sein soll. Egal. Sie fühlt sich aber sehr, sehr hochwertig an. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich sie damals im Video fand. Und deshalb, ja, gebe ich sie mir jetzt einfach mal auf. Und dann sehen wir uns gleich zum kompletten Look und den Swatches wieder. Und hier haben wir dann den fertigen Look. Ich zeige euch jetzt nochmal das Bürstchen der Mascara. Das ist sehr klein und hat so feine Spikes. Dadurch werden die Wimpern unglaublich gut getrennt, wie ihr, glaube ich, sehen könnt. Mir fehlt ein bisschen das Volumen. Ich mag das, wenn... Ja, die Wimpern müssen zwar getrennt sein, aber so ein bisschen mehr zusammen, damit es einfach voluminöser aussieht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Aber sie trennt aber wirklich die Wimpern sehr, sehr schön. Sie gibt auch Länge, muss ich ehrlich sagen. Also gefällt mir schon gut. Ja. Doch. Also werde ich auf jeden Fall so weiter benutzen. Wie gesagt, trennt halt sehr schön. Verklumpt jetzt nicht sehr gut. Doch. Die Bürste ist so ein bisschen hart, durch das, dass sie halt so spiky ist. Passt da ein bisschen auf, weil es ist nicht so angenehm an den Wimpern. Aber ansonsten, finde ich, macht sie sehr, sehr schöne Wimpern. Ich habe euch dann natürlich noch Swatches zur Palette. Ich glaube, mit dem, dass sie nicht gut pigmentiert ist, wurde hauptsächlich dieser Lila-Shade hier gemeint, weil der Grüne war ja echt schön. Der Lilane ist sehr kreidig, muss ich ehrlich sagen. Ich musste drei, vier Mal hier drüber, dass man den überhaupt sieht. Ja. Die Schimmer gefallen mir sehr, sehr gut. Die Anamartöne finde ich auch schön. Der Lilane ist halt sehr, sehr kreidig. Da habe ich schon viel, viel bessere so helllila Töne gehabt. Ja, den finde ich jetzt nicht so gut. Ist es jetzt die beste Too Faced Palette, die ich je getestet habe? Nein. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Farbschema. Es hat auch gut für mich funktioniert. Nur mag ich zum Beispiel die Sweet Peach Palette mehr, weil ich die einfach von der Qualität her ein bisschen besser finde. Trotzdem eine sehr schöne Palette. Ist halt auch so ein kleines Sammlerstück jetzt, durch das, dass ihr sie nicht mehr bekommen könnt. Und ja, gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich noch ein kleines Update für euch so zum Concealer in Verbindung mit dem Puder. Und zwar hat sich das bei mir hier sehr, sehr als trockene Stelle entwickelt, habe ich so das Gefühl. Mir gefällt auch der Schimmer nicht, wie ich ja vorher schon erwähnt habe. Und ich habe hier, sehe ich, man sieht es vielleicht im Video nicht, aber als ich in den Spiegel geguckt habe, sah ich hier extrem alt aus irgendwie, weil es so eine trockene Stelle ist und dann wird es durch den Schimmer noch mehr betont. Also der Catrice Concealer mit dem Jacqueline Puder funktioniert nicht für mich. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es der Concealer oder das Puder ist, weil ich halt beides nicht mehr, schon länger und nicht mehr getestet habe. Aber in Verbindung miteinander macht das jetzt hier nicht so einen schönen Effekt. Ansonsten den Fenty Skin Tin finde ich okay. Ich merke aber langsam schon, dass er hier irgendwie anfängt, so ein bisschen in meine Poren reinzugehen, womit ich eigentlich sonst gar kein Problem habe, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt auch nicht erweiterte Poren oder so, dass man sagen könnte, okay, das Problem habe ich bei vielen Foundations. Aber es geht hier so ein bisschen schon in die Poren rein. Sieht nicht mehr ganz so frisch aus, wie jetzt am Anfang, also wie vor eineinhalb Stunden jetzt mittlerweile. Aber okay. Mir ist es auch ein bisschen wenig Deckkraft, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, jetzt über das Video hinweg, habe ich das halt immer weiter bemerkt, dass es mir einfach zu wenig Deckkraft ist. Auch vor allem auf der Nase, wo ich jetzt extrem schon schimmere. Also das gefällt mir jetzt gar nicht. Muss ich jetzt kurz mal mit dem Puderpinsel drüber gehen. Ihr seht, es ist einfach keine schöne deckende Foundation. Auf der Nase habe ich eh immer Probleme, dass die Foundation hält. Und ihr seht jetzt hier auch, dass ich extrem glänze, dass hier absolut keine Deckkraft vorhanden ist. Und ja, es gibt bessere. Ich finde sie nicht schlecht, aber ich habe auf jeden Fall Foundations, die ich lieber mag. Ich bleibe bei meiner L'Oreal Perfect Match, was das angeht. Es ist eine schöne Sommerfoundation. So, um jetzt rauszugehen. Aber fürs Videos, Filmen zum Beispiel, wäre sie mir einfach zu wenig. Ich glaube auch, wenn ich eine Maske aufhabe, dass es hier extrem schnell abgetragen wäre. Was es ja bei normalen Foundations auch schon macht. Aber wenn man eh eben schon wenig Deckkraft hat, dann ist es halt hier noch schneller weg. Ja. Es waren jetzt ein paar Produkte dabei, von denen ich sagen würde, dass sie nicht mein Favorite sind. Aber es waren auch welche dabei, die ich sehr gerne mag. Deshalb finde ich es immer schön, so durch die Sandung nochmal durchzugehen und es zu testen. Ich weiß jetzt auch, dass ich das Jacklin Puder nicht mehr mit dem Concealer testen werde. Ich werde beides einzeln nochmal für sich auf die Probe stellen und dann schauen. Das Luminous Puder ist vielleicht auch einfach besser geeignet, um es auf dem Gesicht zu tragen. Aber da werde ich mich einfach noch weiter so durchtesten. Und dafür sind ja auch die Shop My Stash Videos da. Nochmal vielen Dank, Diana, an dich, dass du mir die Produkte rausgesucht hast. Es war ein sehr, sehr spannendes Video. Ich habe mich auch gefreut, die Fenty Foundation endlich zu testen. Und ja, vielen Dank an dich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Folgt mir auch auf Instagram, da heiße ich genauso wie hier. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ihr mir für das nächste Video die Produkte raussuchen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!